Was ist Chardonnay Montmesse von Kastelfeder aus Südtirol? Ein sehr leichter Chardonnay. Er hat nur 11,5 Prozent Alkohol. Er wird auch deshalb als Sommerwein bezeichnet. Er ist sehr typisch. Er hat Pfirsich, Ananas am Gaumen. Er hat ein sehr ausgewogenes Säurespiel. Er passt hervorragend zu klassischen Weißweingerichten, Fisch, hellen Fleisch. Aber ich trinke ihn auch nur einfach so.